...auf Kellen und Amy übrig und da kommt Chovy, oh mein Gott, die Church of Chovy. Hat Schrömmacher genug Mana für weh? Ich glaube nicht, ne? Der hat kein Mana mehr, der ist einfach gut. Der hat auch genug Mana, gerade so letzter Punkt bei der Mana und er ist das trotzdem. Oh! Er hat nochmal Ocean Black Proc... Oh! 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 Oh!